Hallo und Willkommen zurück hier auf YouTube! Live Let's Play One Piece Pirate Warrior 4 Hier auf Twitch Ja, und ich wie immer, ich nehme auf, ich spiele ein bisschen, ich lade die Folgen hier hoch Also wenn ihr auch live dabei sein wollt, schaut einfach auf Twitch, in der Beschreibung ist der Videolink Man merkt, ich bin heute nicht ganz so gut drauf Aber ich würde sagen, kein Großgeräte, wir fangen einfach an So, Ruffy vs. Ruffy, der Süßigkeitenwald Ruffy und seine Freunde landen auf Wallcake Island, nachdem sie Sanchi gefolgt sind, der zu einer politischen Ehe gezwungen wird Ein neues Abenteuer beginnt auf der Insel, die von einem der vier Kaiser regiert wird Ruffy Das war's für mich. Das ist nicht wahr. Begrüßel Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Windsmokes! Oh, die habe ich ja ganz vergessen! Stimmt ja! Oh mein Gott! Yonji! Oh, da könnte ich aber mit Ishishi hier spielen. Einfach total überpowered, der Kerl, aber egal. Oh, oh, bis ich dann gleich mit dem Coming! Und wenn du mein Freund bist, will du mit sich um einen Geist für den Bogen zurückkommen? Und die Leute. Ich denke, ich bin froh. Genau, ich bin froh, aber ich bin froh! Ich bin froh. Oh, du bist du? Oh, das ist das? Ich bin froh. Böhm! So, beliebige Verbinde des Todmanns. Gleich mal gucken, Karte, wo muss ich schlagen, ich weiß es nicht, oh Gott. Äh, Wachstumskarte festlegen, ich bereue es irgendwie gerade, dass ich voll mit Nami spiele, aber naja. Sie muss auch ein bisschen gelevelt werden, die gute. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Geht nicht. So. Oh, jetzt wird mir das Geld knapp. Oh. Äh, ach hier, ich will gerade zack, aber so stärkemäßig habe ich nichts zum Aufleveln, aber... Das ist ein bisschen gut, wenn ich das mal auf 8 hochbringe. Oder auch nicht. So. Was haben wir jetzt noch? Äh, da geht eine Menge. Machen wir doch mal das noch ein bisschen. Zack. Das geht. Zack. Alles wird nehmen, was geht. Huch. Oh, jetzt fehlt mir das Geld. Gut, hier geht auch nichts. Äh, so dann haben wir das. Was hat denn diese für Spezialangriffe? Heat Egg. Sonderbred Tempo. Schlickere von Splitzen aus... Fata Morgana. Fata Morgana. Entfesselt eine Windbühne, erzeugt Klone, um Gegner anzugreifen. Aber ich glaube, wir werden mal das gegen dem da austauschen. Und Sonder Trap ist, äh, erzeugt Gewitterwolken, die über die Köpfe umliegenden Feinde schweben und dann Plätze freisetzen. Probier mal. Wie immer das, wie immer das, und Hartnäckigkeit. Verfolger mit Angriff gegen Bewusstlosigkeit dem Toten komme. Und sterblich erhöht Verteidigung, wo es nicht zum verlorenen Leben geht. Ich glaube, das ist bei ihr mal nicht ganz so verkehrt. Mal testen. Technik-Typ. Habe ich noch nicht gespielt. Oh. Ah. Oh. Äh. Okay. So schlecht ist sie jetzt dann doch nicht. Komm her, mein Freund. Da ist noch einer. Komm her. Okay, so, dann testen wir doch mal da ihre Fähigkeiten. Ich glaube, sie ist doch nicht so schlecht. Hey, sie gefällt mir. Zack. Was auch immer ich gerade getan habe, es war cool. So, dann gehen wir mal gerade zurück. So, was kann das hier Schönes? Okay, siehst du bitte, dass du mal auf die Umliegenden, das gefällt mir. Okay. Zack. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo sind sie denn alle? Da hinten. Ähm. Was? Von Süßigkeiten angelockt. Waffe ich in kurz verschwinden? Oh. Äh. Ich glaube, das ist in der Falle. Da ist die Schatzkiste. Danke. So, dann gehen wir ihn doch mal suchen. Garantiert Falle, aber egal. So, kommt her, ihr Lieben. Okay, das sind Verbündete. Okay. Bald der Versuchung. Wo ist er jetzt hin? Sanchi wird da ausgeschaltet. Äh, bitte was? Ich will mich jetzt... Was? Halte, das Weg ist denn... Was? So. Frille hat jetzt mal wieder einfach ihre Finger im Spiel. Zack. Immer Druck auf Rappi. Zack. Zack. Bin ich denn? Wo ist sie denn? Hä? Geh weg. Hä? Schon wieder? Teil des Weges ist frei. Okay. Achso. Äh. Okay. Okay, ähm... Teil des... Ich verwege! Da ist ein Raffi. Merk, zack. Das Hammer. Boah, irgendwo muss noch einer, äh... Schließe Chopper und Carrot an. Ja, ich... Ich versuch's, aber ich muss erstmal hier Raffi zacken kommen, hier. Okay, ihn Hammer und... Wo war jetzt noch einer? Äh, hier drüben. Komm her. Ja. Okay, Hammer. Komme ich jetzt raus? Das wäre jetzt nicht verkehrt. Ah, super. So. Das ist schon wieder ein falscher Raffi. Komm her. Komm her. Geht das der Weg hier frei? Nee. Oh. Teile des Weges sind versperrt. Oh, Mann. Das ist schon wieder ein Foto. So, komm her. Okay, den Hammer. Okay, ach ja, ich komm jetzt hier. Swafis, kommt her. Okay, das Hammer. Äh, wo ist er denn? Und da war es, mein Anführer. Ähm. Los, jetzt komm mit, Chopper. Halt hier. Zack. Wo ist das noch alles mit? Äh, halt hier rum. So, ihr Lieben. Wo ist er denn da? Komm her. Okay, den Hammer. Ah, die ist echt gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt machen wir noch den Weg schnell frei. Und dann... So. Oh, wie so alle weinen. So. Aber jetzt satt. Oh Gott, sieh, die Blume ist aber creepy. So, das Hammer. So. So. So, machen wir das Gebiet noch. Und dann... Jetzt hat er das mitgekriegt, dass die nicht da sind. Ah, der Kerl. So, ihr Lieben. Dann kommt mal mit. Oh, ich hab sie getroffen. Das ist doch schön. Zack. Das ist mir doch egal, ob es dann schief ist. Komm her. So, mal sehen, wie viel Spiegel... Falscher Rappi hier. Wo ist er denn? Da. Oder? Komm her. Aber die Sets... Doch. Oh, ich wollte gerade sagen, man setzt sich die Attacken von dem einen, oder? Haben wir's, oder? Findet ihr echt... Den die echten Frillet. Willst du hier noch was machen, oder war's das? Frillet besiegt. He, he. Das ist so unverschämend. Ich glaub ja nicht, dass du lebendig aus dem Wald rauskommst. Okay. So, wenn du hier rauskriegst, ist der Weg. So, wenn du hier rauskommst, ist der Weg, wenn du hier rauskommst, ist der Weg, wenn du hier rauskommst. So, wenn du hier rauskommst. Nami ist echt gut. Alter, die gefällt mir. Ich hab zu viel von den Teles steckt. Da wurden 78 Münzen verkauft. Ah, ich hab Carrot